So, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Lektion, zum nächsten Song, der heißt Flying Birds und ich habe den Song eigentlich so benannt, weil fast jeder Ton fliegt irgendwo anders hin. Deswegen, wenn ihr euch die vergangenen Stücke anschaut, habt ihr meistens Ton-Repetitionen zu spielen, Ton-Wiederholungen, also es kommt ein Ton, der kommt vielleicht viermal hintereinander, zwei-, dreimal, aber der nächste Song, dieses Flying Birds, achtet darauf, jeder Ton führt zu einem anderen und das ist schon ein bisschen schwieriger. Wir haben wieder die Pausen mit dabei, denkt ans Abdämpfen, denkt an den Wechselschlag und dann probieren wir das mal. Ich zähle vier vor, das heißt, es kommt ein Schlagzeugrhythmus am Anfang, der geht los, dann zwei, drei, vier und dann startet das Stück. Flying Birds. Zwei, drei, vier und Und abdämpfen Zwei, Pause und Eins, zwei und Pause Zwei, zwei und Und abdämpos Zwei, zwei und Ja, zwei und Ausatmen Untertitelung des ZDF, 2020